Hey Leute, schön, dass ihr vorbeischaut und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Ziehung der Gewinner des L-Fotografie Runde-Fotowettbewerbs. Das Ganze unterteile ich in drei Videos. Hier geht es jetzt um den Erstplatzierten. Platz 2 und 3 folgen noch. Ja, ihr macht es uns echt nicht einfach mit den vielen tollen Bildern und für mich ist wirklich jedes Bild ein Gewinnerbild. Aber leider müssen wir uns für ein Bild entscheiden. Aber eine Frage vorweg. Wollt ihr, dass dieser Wettbewerb auch im nächsten Jahr noch weiter gemacht wird? Kommentiert das doch einfach mal. Okay, zur Auswertung. Ich will es auch nicht zu spannend machen. Den ersten Platz hat belegt, einmal Trommelwirbel bitte, Alexandra Möller. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du das siehst, melde dich bitte bei mir. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.